guten morgen und willkommen im hdb schweißshop danke dass ihr alle mitgemacht habt es haben circa 250 leute mitgemacht bei unserer verlosung danke an die informationen was euch am meisten interessiert welches schweißverfahren das war recht interessant für uns die 250 personen wurden einzeln ausgedruckt in diese box gegeben ich werde sie einzeln rausziehen und mitteilen wer was gewonnen hat so platz nummer eins guck ja gar nicht rein so thomas toll thomas toll du bekommst einen 3m 10v automatik helm so zettel kommt da rein das war nummer uno geht weiter antrico jascha senf du bist der zweite du bekommst auch einen 3m 10v automatik helm natürlich alles neu kostenlos ich schreibe euch natürlich auch persönlich alle an so dein gewinn zur seite so jetzt kommt die ewm jacke die zeige ich euch auch gleich ein leerer zettel das war wohl niemand weg damit der nächste lukas herring also ich sollte euch das noch mal genau zeigen so also lukas herring du bekommst diese tolle ewm jacke wir haben jetzt hier die größe l es gibt auch xl ich schreibe dich persönlich an du teilst mir mit welche größe du hast so zur seite das war der lukas es geht weiter wir haben noch ein automatik helm diesen drachen lackierten von tweco uwe wiesner das ist dein preis ein automatik helm die 9 bis 13 von tweco ja mit so einer schönen lackierung zur seite weiter geht's weiter geht's so danny ibiza ob das dein richtiger name ist finden wir noch raus aber wie gesagt ich werde euch alle persönlich anschreiben du bekommst einen druckminderer 200 bar für ja für agon mischgas also ganz normaler druckminderer kann man immer gebrauchen meistens fehlt einer so da rein dann bist du auch fertig so der nächste ich würde am besten natürlich allen etwas schenken aber das geht leider nicht so dominic bayern so dominic bayern bekommt einen von parker ein micmac brenner das ist der kleine ml 15 aber so ein brenner den kann man auch immer gebrauchen mit eurozentralanschluss bis 150 ampere das ist dein preis so dominic bayern so der nächste jetzt kommen die kleinen preise holger hoffmann handschuhe für dich nachfahrleder ganz weiche wick handschuhe gehören hier ist nichts besonderes aber kann man auch immer gebrauchen so wir haben noch ein paar handschuhe schweißtechnik natland stanley imbus set ist für dich so guck nicht rein christian steinmetz handschuhe für dich auch wickhandschuhe napperleder die sollten dir auf jeden fall passen so das war es auch schon leider ja ich würde am liebsten noch mehr verlosen aber irgendwo habe ich auch nichts mehr zur verfügung das budget ist ausgeschöpft ich wünsche ihr habt spaß schöne feiertage vielen dank für das liken vielen dank für die kommunikation hat echt spaß gemacht ich freue mich für euch für die gewinner für die nicht gewinner die können sich bei mir melden es gibt einen gutschein wenn ihr irgendetwas braucht mache ich euch bei mir im hdb schweißshop ein gutes angebot einen guten gutschein da habt ihr auch was gewonnen schönen tag noch schöne weihnachten ciao